Was wir hier lernen, ist inspirierend und es ist wichtig, es mit uns in die Welt zu nehmen und zu sharen, was wir gelernt haben und unsere Passionen und Erfahrungen. Ich bin über die Offenheit und über das Interesse und über die Neugierde der Teilnehmer sehr begeistert. Also das erlebt man in der Form, ist es wirklich schon einzigartig, was einem hier begegnet. Man erlebt den Leitsatz Networking, Inspiration und Voneinander Lernen, vor allem zwischen den Präsentationen, finde ich, indem die Leute auf einem zukommen, indem man neue Leute kennenlernt und immer auch aus den Referaten heraus austauschen kann, was man jetzt damit macht.